Habe ich ihn verklaut, weil ich ihn getötet habe? Jetzt ist er bestimmt traurig. Oha! Ist ja sehr schön. Ein Heiligenschein. Keine Kopfbedingungen kaufen. Oh, Tika. Ach, er kann doch nicht einfach gehen. Oder Internet. Nein, nicht gehen. Ja, ich kann aufsteigen. Achso, das braucht Gold. Nee, das kann ich mir nicht leisten. So ein Mist. Jetzt muss man sich grüne Sachen kaufen. Ich meine irgendwie. Ist ja blöde. Kopfbedingungen geht ja gar nicht. Nee. Für echt Geld wollen wir hier nichts kaufen. Äh, das sieht voll creepy aus. Wenn ihr da so alle ineinander steht. Wenn ihr da so alle ineinander steht. Ihr habt jetzt auch ein gutes T-Shirt. Wo kann ich denn das? Ach, Customize. Hier. Wer hat denn jemand auf Discord? Also... Kopfbedingungen gibt es irgendwie nicht. Oder man kriegt später das München oder so. Ja, Rotiger. Rotiger habe ich schon angeschrieben. Ich habe gefragt, wo er ist. Nee. Also ich bin bereit. Oh, ich will aber auch noch einen. Was ist das denn? Ist jetzt hier jemand schon gegangen oder was? Ja. Ist ja nicht toll. Ja, keine Ahnung. Ich bin doch ein bisschen von Grund auf verwirrt. Ich laufe gern mal gegen Wände. Oh ja. Ich weiß nicht. Sollen wir einfach Roni in eine Runde starten? Eins, zwei, drei... Ja, er kann sich ja melden. Das sind fünf Leute, glaube ich. Ich bin ein ganz normaler Ente. Ich bin eine ganz, ganz, ganz normale Ente. Was bedeutet das jetzt hier für diesen Kannibalen nochmal? Keine Ahnung. Das bedeutet, dass du Sus bist. Das würde ich gleich auswählen sollten. Wie kann man sich einschütten? Nein. Er hat zugegeben, dass er das Kannibale ist. Tötet ihn. Das ist der Imposter. Ich mach Kaffee. Was mach ich das? Das ist irgendwie, ja, schwierig. Ah komm, lass was bleiben. Nein. Country Yards. Oha. Ein, 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 ein totes. Ein totes blaues. Ich hab Kurzer Rosenmann in der Küche tot gesehen legen. Da lag einfach, ich kam nur rein und da lag einfach ein totes Kurzer Rosenmann. Deswegen keine Ahnung. Dort beim Herd. Der hat gerade den Herd gemacht und wurde dann von der Ente, wurde dann in den Ofen gesteckt und zum Weihnachtsgans transformiert. Versteh meine Rolle nicht. Was ich glaube. Also irgendjemand hat hier schon gestanden, dass er, dass er, dass er, dass er Kannibale ist. Wer war das? War das Frame? Wer versteht seine Rolle nicht? No fame war das. Ich hier. Okay, wir wollten auf jeden Fall nicht Wanni, denn er, ähm, wenn er Haus gewonnen ist, weiß ich, dass er, hat er gewonnen. So. Äh, also es gibt oder was? Dich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Nein, es gibt erstmal nichts. Ich weiß nichts. Außer dass, dass ja einer angeblich seine Rolle verraten hat. Was? Ja. Vielleicht versteht man hier einfach nicht, wie sie töten soll. Tja. Na, das hab ich ja. Ich war ja schon mal. Ich war ja schon mal. Guck mal wie süß ich bin. Ja, ja. Mein T-Shirt. Mein Wappel, Schritten. Hier ist es passiert hier direkt vor dem Ofen. Jeder wollte gerade den Ofen sauber machen. Den Herd. Hat ihn hinter, hintertückig. Dann lässt sich jemand umgebracht. Okay, ich mach das Königsgemälde sauber. Ach so, da muss ich klicken hier. Ist wieder wunderhübsch. Okay, hab ich nix. Okay, da muss ich in die Wand rein. Jetzt sind wir hier lang. Und noch stopfen. Oh. Oh. Maus. Maus. Mann ist die flink. Auf die rüber. Ah, ist zu fies. Jetzt geh ich ja nicht hin. Oder schon. Mr. Dude. Nein. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Victory. Der Kannibale. Ey, dieses Geräusch, wenn du getötet wirst. Ich hab's gewusst. Kannst du als Kannibale auch die Leiche gleich verspeisen. Das ist das coole. Ach so. Ich weiß, ich krieg diese Wieglen-Crews. Aha. Ich kann einen futtern. Okay. Ach stimmt. Ja. Ich hab mich schon gewundert, was so mit Essen überhaupt gemeint ist. Booty gerade gespielt. Ich soll ihm einfach schreiben, wenn die Runde... Wieglen. 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 Wieglante. Wieglen. Wie spricht man das aus? Das sind teure Sachen hier. Wieglen. Wieglen. Verstand irgendwas. Du kannst killen und... Ja, das war ja letzte Runde. Das Wieglen. Ach so. Okay. Hä? Aber... Deshalb hab ich ja auch den Bootyger von unseren Augen getötet. Also ich kann wen killen, aber ich bin kein Imposter. Ja. Hallo Bootyger. Ach so. Da ist er ja wieder. Oh. Hi. Du warst das gar nicht so screwed, sondern Schornelbrenn�� runden. Wiegt man mal leid, als ich dich getötet habe, aber du kommst so komisch nahe an uns ran. Wir waren gerade an einem Akt am durchführen. Du könnt doch mal ein anderer Map auswählen. Das könnte mal der Histoire machen. Das müsste dann der Haus machen. Mhm. Was man... Wo gibt's die das? Hab ich jetzt eigentlich schon Münzen? Kann man das Map hier ändern? ja noch nie herzlichen Glückwunsch es geht nur, und geht es, nö mann andere Maps hier spielen weiß es jetzt nicht wo also ich weiß es nicht noch Globby, hier sind's ich habe noch genug Akku seltsam ich bin reiz also ich werde noch zwei Runden mitmachen dann müsste ich mal schnell einkaufen ja ich müsste jetzt auch mal bald raus also ein, zwei Runden mit so müsste du das die 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 Map gewechselt oder und so nicht weiß ich wie das geht das ist das ist das links wo man ich eventuell ich weiß nicht es gibt also ich verstehe es nicht es gibt Trickert Treat Classic Classic Plus Gusshand ein bisschen mehr ne das ist ja ein Spielmodus Spielmodi Schau mal im dritten Reiter darfst du das anklicken oben ne ich habe nur ne komisch ja dann glaube ich muss man das immer vor der Lobby einstellen ja wahrscheinlich möglich also ich glaube ein Log Lobby ja gut dann spielen wir noch eine Runde jetzt in dieser Map ja würde ich auch sagen achso ja und schon wieder Gruß geil und schon wieder Gruß das Besteck abräumen sehr schön aha lockte von unten für untere Hinge wirklich angezeigt was man muss Das sind meine Duties und Messment-Tasks. Okay, in der Küche habe ich wieder eine Task. Baaach! Versteck sauber machen. Geschirr. Verstecken im Geschirr. Blitze blank. Was läuft da unten? Was geht da vor sich? Was geht hier vor sich? Macht eure Tasks. Weißt du denn, dass man das hier vergiften kann, Mr. Dude? Ich habe noch 3 Hasks hier zu stehen. Ich geh da mal. Feuchment-Tasks. Wir müssten noch irgendwie Geld aufgeben. Naja, hier. Genau hier, innen gerannt. Schon wieder. Wo mich keiner findet. Knochen. Oh, Gänseknochen. Hier war der Impost an dem früheren Spiel schon mal am Werk. Ah ja, das bin ich. Das ist ein früheres Ich. Da bin ich schon mal gestorben worden hier. Das ist... Ah ja, ich weiß doch. Okay. Das Gemälde der Madame. Oh, oh. Nimmt dann das Wasser vergiftet. Er wäre wohl. Müssen wir mal sauber machen. Oh nein. Mr. Dude. Nein. Alle anderen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Was hast du gesehen? Ich habe es gesehen. Was war das denn gerade? Ich meine, Kurt Rosenmann, Kurt Rosenmann. Ich habe Kurt Rosenmann gesehen. Er hat Frame getötet. Also ich kann das erklären. Er hat Frame getötet. Ich kann das erklären. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich stand dort am Ofen. Ich habe es gesehen. Rette ich da nicht raus. Die ganze Zeit mir hier ziemlich nahe gefolgt. Und dann hatte ich halt keine Lust mehr auf Frame. Und dann habe ich halt meine Vigilant-Tötung. Du hast vor allen. Vor den Augen von allen hast du getötet. Das ist ja. Das rät dich hier nicht raus. Das kann ich jetzt nicht fragen. Was hier nicht raus. Wir haben es doch alle gesehen. Wir haben es doch alle gesehen. Ja. Und. Ach komm, ey. Wani weiß auch, dass ich die andere Tötung vor ihren Augen gemacht habe als Vigilant. Ich war übrigens gerade eben kurz am Sammel. Erst hast du den Brunnen vergiftet und jetzt hast du Frame getötet. Außerdem will ich noch erwähnen, dass Mr. Tew das Wasser vergiftet hat. Mann, ich war es ja wohl du. Jaja. Oh je. Jetzt weiß ich nicht mehr was ich glauben soll. Ich hoffe gar nicht. Oh nein. Als ob ich ihn jetzt nicht rausgewohnt hatte. Er hat doch von den Augen von allen getötet. Naja, das konnte ich auch. Ja. Ich mach doch meine Task und dann kommt der da vorbei. Ja. Nein, nein, nein. Da geht der hier auf einmal. Direkt vor meine Schnauze. Okay, habe ich alle Tasks fertig. Ich habe auch generelle Tasks fertig. Ich bin durch. Mr. Jude. Ich bin hier im Alltag. Ich bin da im Alltag. Ich bin da so rum. Sie machen sich verdächtig. Ach so. Ich war halt noch. Ja ich, ja. Oh nein. Der kurze Hosenmann, der kurze Hosenmann, der Mörder, der Mörder, ich habe dich gesehen, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, ach, es war so klar. Schön, dass du es gesehen hast. Der Drecksack, verfolgt dich dann auch zum Schluss. Ich fand es so schön, dass du mich nicht gewartet hast. Ist das gut, warum hast du dich nicht gewartet? Nee, ich wollte doch selbst gewartet, keine Ahnung. Ach, Leute. Das muss man bei dieser Megafon-Aufgabe da machen. Sich auf jeden Fall nicht umbringen lassen, denke ich mal. Hallo. Ach, übrigens, ich war diese Mechanikente, die wenden kann. Ich habe aber nicht verstanden, wo die Wends sind. Ich glaube, auf der Map gibt es gar keine Wends, oder? Doch, du kannst dich nur verstecken. Du kannst den Schränken verstecken. Ja, ja, genau. Und den Büschen und den Schränken kannst du nicht verstecken. Sie sind таким Aund Then. Assisiiert werden, dass du nicht verstecken und den Schränken kannst du nicht verstecken.